Untertitelung. BR 2018 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 Weiter geht es mit dem Bezirksverband Dresd, Bezirksbundesmeister Johannes Friedler, mit dem Königspark Gerhard Wickel und Ursula Terwege. Untertitelung. BR 2018 Die Schützengemeinschaft Wiesli aus dem Messier Gries mit Vorsitzenden Gerd Droste und Königspark Daniel und Sabrina Koch. Zul원 Seine Gerdin chilenksverband Dresd das G Pengenschneamingazz Dein jobbetisiker... Student at bowling firmer... ...birgune hat. Kim,ince,진u,RI! Und Vorgantin? Bei der düstere Brigitte, Dank Quirino-Schützenbruderschaft, Vorsitzender Manfred Jakobi, Königspaar Gertricken und Ursula Terwege. Dank Quirino-Schützenbruderschaft, Vorsitzender Manfred Jakobi, Königspaar Gertricken und Ursula Terwege. Dank Quirino-Schützenbruderschaft. Dank Quirino-Schützenbruderschaft, Vorsitzender Manfred Jakobi, Königspaar Gertricken und Ursula Terwege. Dank Quirino-Schützenbruderschaft. Dank Quirino-Schützenbruderschaft, Vorsitzender Bernd Spieneken, Königspaar Katrin und Sebastian Gertricken. Dank Quirino-Schützenbruderschaft, Vorsitzender Manfred Jakobi, Königspaar Gertricken und Ursula Terwege. Dank Quirino-Schützenbruderschaft, Vorsitzender Manfred Jakobi, Königspaar Gertricken und Ursula Terwege. Dank Quirino-Schützenbruderschaft, Vorsitzender Manfred Jakobi, Königspaar Gertricken und Ursula Terwege. Dank Quirino-Schützenbruderschaft, Vorsitzender Manfred Jakobi, Königspaar Gertricken und Ursula Terwege. Dank Quirino-Schützenbruderschaft, Vorsitzender Manfred Jakobi, Königspaar Gertricken und Ursula Terwege. Dank Quirino-Schützenbruderschaft, Vorsitzender Manfred Kronenbücher, B murghee, Königspaar Gertricken und Ursula Terwege. Das Königs war Heike als König und Kudihanger als Begleiter. Es folgt die Samtse-Wasser-Anschützungsbruderschaft von Südburg-Ruhr-Haus-Wand-Föpfchen und Neunze in den Bau. Der Bezirksverband Rhein-Ruhr-Nord und ihr Brudermeister Rüdiger Puff, dem Königspaar Markus und Melodie Legemann. Es folgt die Samtse-Wasser-Anschützungsbruderschaft von Südburg-Sankt Evaldi aus dem Bezirksverband Rhein-Ruhr-Nord mit dem Vorsitzenden Anja Vossen, Königspaar Anja Vossen und Fremd Stefanie Degen. Die Samtse-Wasser-Anschützungsbruderschaft von Südburg-Sankt Evaldi aus dem Bezirksverband Rhein-Ruhr-Nord mit dem Königspaar Peter Schröder und Bärbel Rache Steckers. Der Vorsitzende der Neuertspräsidenten Christian Vogel. Diese Woderschaft ist erst zwei Monate interessant. In dem Bund ist sie heute in Südburg-Sankt Evaldi aus dem Bezirksverband Rhein-Ruhr-Nord mit dem Königspaar. Es folgt die Woderschaft des Volk-Hochholz. Die Woderschaft von Südburg-Sankt Evaldi aus dem Bezirksverband Rhein-Ruhr-Nord mit dem Königspaar 1-Ruhr-Nord mit dem Königspaar 1-Ruhr-Nord mit dem Königspaar. Das wird die Woderschaft von Südburg-Sankt Evaldi aus dem Bezirksverband Rhein-Ruhr-Nord mit dem Königspaar 1-Ruhr-Nord mit dem Königspaar 1-Ruhr-Nord mit dem Königspaar 5-Ruhr-Nord mit dem Königspaar 1-Ruhr-Nord mit dem Königspaar 1-Ruhr-Nord mit dem Königs tossihu Assysaitzскle machen sich zusammen. Duisburg-Großenbaum, Bezirksverband Duisburg-Süd, mit dem Vorsitzenden Michael Jansen, das Königspaar Peter Zimmermann und Anja Schulten, dem Thronprinzen Teresa Remerius und dem Schülerprinz Jennifer Storms, den Oberst, der läuft hoch. Es folgt die Sankt-Sebastian-Schrift-Moderschaft Gisburg-Güßern mit ihrem Brudermeister Siegfried Blübel und dem König Rüdiger Messner und den anderen Adjutanten Osterrike. Die Sankt-Sebastian-Schrift-Modern Die Sankt-Sebastian-Schrift-Modern und den Bürgermeister dieser Stadt, Herr Böker. Ebenfalls unsere Bundesspitze, den Bundesgesund Freibischof Dr. Einer Kopp, den Hofmeister, ihre Durchlauf, Dr. Emanuel Frizenzusatzahl und den Herr Bundesschutzmeister Heinz Gertewi. Der Diozisanverband wird angeführt von Diozisan-Bundesmeister Ewan Bannerer, mit dabei der Jungschützendreser Jörg Knümpfer, der Jungschützenmeister Benedikt Klösser. Diozisan-Bundesmeister Ewan Bannerer Diozisan-Bundesmeister Ewan Bannerer, von der St. Roberto Stützenbruderschaft in Elton. Diozisan-Bundesmeister Ewan Bannerer, mit Heike Schär, mit dem Kippen Masse Drohne. Diozisan-Bundesmeister Ewan Bannerer, mit dem Kippen und dem Kippen und dem Kippen. Diozisan-Bundesmeister Ewan Bannerer, mit dem Kippen und dem Kippen-Bundesmeister Ewan Bannerer, mit dem Kippen und dem Kippen-Bundesmeister Ewan Bannerer. Kommandant Dieter Koch und Jochen Hoppe mit dabei als ehemaliger Bundesvorstand. Das Königspaar begrüßen wir Manfred und Petra Jösper, den Kronprinzen Carsten Koch, Zipterprinz Burkhard Ringkopf und Apfelfrinz Pascal Heiden. Dann hatten wir im Anschluss den Bezirksverband Hüpter. An der Spitze Georg Rester, Präsidiumspitglied, unter dem Kippen-Bundesmeister Jürgen Fröhne. Die Spitze von Beberung mit Oberstklaus Feldhaus, bei Jörg und dem Richter, mit dem Königs Oberstolz und Garniebhoch. Beberung war 2001 Ausrichter des Bundesfestes. Die Sankt-Patholomeus-Halbrück mit dem Königspaar Beatrix und Henry Mayer. Die höchste Bruderschaft im Kreis Höfster mit 365 Metern über Null, also Fokat im Jahr 1 Meter hoch. Die Schützenbruderschaft Sankt-Fabian Sebastian Pönchen mit dem Vorsitzenden Axel Nolte und dem Hochmann Jürgen Busse. Geschäftsführer Christian Dichert, Königspaar Bernd Rütters und Ursula Fischer. Prinz Marcel Vohm und Prinzessin Pia Richter. Dann Sankt-Pinzebeck mit Oberst Ralf Lücking und dem Königspaar Beate und Miguel Lope González. aufgegangen undasser Wie finde ich es?! Wir sehen uns jetzt die Sankt-Patholomeus-ено! Sie sind hier jetzt die Sankt-Patholomeus-H-Fase! Das ist das, was happened.